ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge super cat tales 2 wenn mir gleich miss you gamer hat sich das gewünscht kannst du das bitte weiterspielen würde mich freuen oder machen wir das doch mal gucken wir mal hier rein so die tulpenwiesen glaubt da war ich gescheitert das letzte mal so ich würde das mal überlegen wie das ganze funktioniert hat so springt man zumindest aufpassen dann nehme ich dann lieber den da der ball hat ihn auch gleich weg hier so jetzt geht es hier hoch ja mann killer cat allein ich habe einen fehler gemacht ich hätte unten runter ich kann das stück was holen oder jetzt bestimmt was so moment wir gehen noch mal kurz zurück das sieht mir nach einem geheimen versteck aus moment unten runter hundertprozentig ist irgendwas und nein geht nicht von jürgen genau nicht ach was mache ich denn ja gleich wieder naja normal so mit der katze hier kann ich erst einmal ganz normal da ja so rennen ohne von den piechern getötet zu werden so jetzt kriegt hier runter danach links die münzen einsammeln nein 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 komm hau den weg da hau den lukas oder auch nicht so vorsicht spinnchen und ja hier haben wir einfach weg jetzt bin ich hier im dunkeln gelandet da haben wir so eine bümmel da ist eine bümmel ich weiß allerdings nicht so genau wie man das mit den bümmeln dann wenn es macht das war knapp habe ich kurz die kamera guckt und dann schon fast tot gewesen so den hauen wir jetzt nicht mehr um runter geht nicht mehr so ok jetzt gehen wir hier hoch und was macht er denn da überhaupt er läuft jetzt ok dann rennen wir mal und hauen den auch um zack dann werden wir hier auch schon erstmal durch es weitergeht zeitlich gesehen ist noch alles im grünen bereich und dann gibt es da irgendwelche zeitlichen begrenzungen forest cat dumm ist der der dumm ist gut so da kann man drüber fliegen und das sieht mir stark danach aus als kommt da noch was raus den hauen warum dann geht es wieder nach da oben das hat jetzt nicht so ganz funktioniert wahrscheinlich muss ich jetzt hier richtig mit anlauf und das schafft er nicht so schafft er das nicht so und 12 und das reicht nicht den hauen warum und gleich noch mal jetzt hat es mich aber auch ein stück weit also da ist die zweite bümmel das war die zweite bümmel so ich bin ein klein wenig genommen habe das auch noch damit genommen so damit sind wir da jetzt erst mal durch jetzt oh jetzt war das hier gewesen naja jetzt erstmal hier da gibt es nichts da kann ich auch nicht hoch und jetzt geht es vorbei dann kann ich dann rüber springen das werde ich jetzt auch tun und dann kann ich hier hoch wo man ob es da hinten irgendwas gibt da kann ich jetzt auch einfach nur ganz gar nichts und dann geht es ab hoch 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 an diesen bümmel da komme ich glaube ich nicht ran das habe ich schon mal probiert ist mir nicht gelungen es ist mir nicht gelungen und das will ich jetzt auch gar nicht mehr probieren weil ich glaube deswegen hat das letzte mal dieses level hier vergeigt bei dem versuch an diesen bümmel daran zu kommen soll ich jetzt gar nicht erst probieren das level haben abgeschlossen mit zwei bümmeln 265 immer geschafft so weiß ich ob das jetzt gut ist nicht gut so ja dann geht es weiter dann sind wir jetzt hier bei windy river machen wir mal das level hier irgendwie ist der ton weg da kann das sein dass der ton momentan und ob da was kommt scheinbar ist hier da kommt auch nichts ja irgendwie ist das ist der ton gerade nicht da aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm oder das ist ja letzten endes nur gedudel so also machen wir mal hier weiter was sagt was sagt dann hier tippe links oder rechts um im wasser aufzusteigen ok da ist auf jeden fall schon mal ein bümmelchen links oder rechts um im wasser aufzusteigen und den frosch hier den haue ich jetzt mal einfach so weg da mein vogel dann haben wir hier wieder ein so ja ist ja alles gut alles gut die kriege ich alle normalerweise noch einfach mit einem moment moment warten ich will euch haben jetzt noch warten das ding säuft doch gleich wieder ab komm 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 schon komm schon kommen zu kommen so da ist er auch schon und jetzt kann ich hier einfach hoch so dann sind wir hier ich glaube da unten geht es weiter runter oder jetzt auch ein bisschen unsicher ist da unten irgendwo eine bümmel oder so nein da ist keine bümmel kann man da irgendwas nein geht zurück geht zurück katzen fressen gerne fisch aber ich glaube die frische für fisch frische fische frische 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 frisch 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 die fressen meine katze denke ich mir so und dann geht es los und ist gut gelaufen nein das ist jetzt weniger das war knapp sofern dieser wassertropfen mir überhaupt was ausmachen sollte das weiß ich jetzt aktuell nicht so wirklich sknown und alles gut gelaufen da haben wir ein spinnchen glaubst du es will dann wären wir uns noch mal marken hier ist gezogen so jetzt muss ich ich habe jetzt keine ahnung ob da jetzt noch irgendwo gewesen wäre also ich bin wir kommen wir laufen jetzt ab ich weiß es nicht wir laufen jetzt hier hier entlang so war da ein bömmelchen war da keins ich habe keine ahnung ich muss erst mal hier rüber springen alter vater den habe ich jetzt wie komme ich jetzt hier runter wenn wir es machen ich sink einfach so runter ok alles klar das ist ja in ordnung so dann gehen wir hier zurück und hier runter kommt es sinkt schon ein und hier einmal rechts und links zusammen bekommen einmal nach links und einmal nach rechts abbremsen runter mit dir so und dann geht es hier weiter einmal hier ganz runter kommt ganz runter ganz runter ganz runter ja nach rechts zeigt er mir an ich bin mir fast hundertprozentig sicher wenn jetzt nach rechts zeigt gibt es links bestimmt haben oder mal gucken was da ist da ist doch unten irgendwas guck mal kennen doch die alten spiele hier so also komme ich gar nicht hin kann das sein okay kann ich irgendwie da hoch dass ich hoch okay dass das das hat jetzt leider nicht funktioniert okay das macht jetzt auch so keinen sinn mehr dann gehen wir da wieder hin zurück hätte ja sein können es hätte ja sein können dass wir da irgendwie an und bömmelchen ein bömmelchen so und jetzt haben auch gesehen der wassertropfen macht uns auch nichts aus wäre ja auch ein bisschen skurril also wenn ihr jetzt hier jetzt habe ich jetzt habe ich eine abbekommen das war jetzt nicht ganz so gut also da darf ich auf jeden fall keine abbekommen noch mal moment warten muss ich erstmal erholen da ist wieder so ein komischer fisch hier unten und jump 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 oh da unten ist die bummel das habe ich nur dass da jetzt kein kein fisch oder so kommt der mich dann da unten einhängen würde alter alter ist verarschen du schmeißt mit eiern nach mir ich komme da gar nicht hin ich muss von der anderen seite dahin und aus wie soll das denn jetzt funktionieren gegen den strom schwimmen funktioniert auch nicht lass das blöde eider bei dir du spinnst wohl kack vogel kack jub so dann sind wir im ziel und ich habe kein einziges bämmelchen gekriegt ein bämmelchen war da unten weil ich meine wie man dagegen schwimmen kann an jedoch ein bämmelchen habe ich bekommen habe ich jetzt gehabt ok cool ja da würde ich mal sagen das waren jetzt hier sechs bämmelchen habe ich ok so das wäre jetzt level drei und vier gewesen also ich hoffe miss you game es hat dir gefallen wenn ja dann lasst mir auf jeden fall bitte ein like da wenn es euch anderen auch gefällt auch ihr könnt gerne ein leichter lassen würde ich mich riesig drüber freuen schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet sich mal wieder ein wenn es wieder als super cuttales zwei mit mir dem man gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss